Um Antworten auf eine besonders wichtige Frage zu geben, wie sich TTIP auf die Beschäftigungs- und Einkommenssituation der Menschen in Deutschland auswirken würde, haben wir auch errechnet, wie unterschiedliche Qualifikationsgruppen davon betroffen wären. Nach unseren Berechnungen würden insgesamt etwa 160.000 neue Arbeitsplätze durch TTIP entstehen, allein durch den steigenden Handel zwischen Deutschland und den USA. Allerdings sind hierbei weitere Handelsumlenkungseffekte zum Beispiel innerhalb Europas nicht erfasst. Von den 160.000 neuen Arbeitsplätzen entfallen indirekt ca. 75.000 auf die nicht direkt exportierenden Branchen und den Dienstleistungssektor und 85.000 direkt auf neu entstandene Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe. Und genau diese Arbeitsplätze wollen wir uns mal genauer anschauen. Wenn wir davon ausgehen, dass sich die Beschäftigungszuwächse dieser Branchen gleichmäßig über die Bundesländer verteilen, ergebe sich folgendes Bild. Danach führt ein Abkommen in jedem Bundesland zu neuen Arbeitsplätzen im produzierenden Gewerbe. Wie zu sehen ist, entstünden die meisten Arbeitsplätze in exportstarken Bundesländern wie Bayern, Baden-Württemberg und NRW. Nicht überraschend finden sich hier vor allem die Branchen, die besonders von sinkenden Handelskosten profitieren würden, wie die Elektrobranche, die Metallerzeugung und Verarbeitung sowie der Fahrzeug- und Maschinenbau. Aber was für Arbeitsplätze würden konkret entstehen? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns angeschaut, wie sich Beschäftigungszuwächse in den Branchen des produzierenden Gewerbes auf Menschen mit hoher, mittlerer und niedriger Qualifikation auswirken würden. Unsere Berechnungen zeigen hier zunächst, dass für alle Qualifikationsgruppen zusätzliche Arbeitsplätze entstehen würden, also auch für Niedrigqualifizierte ohne Schul- und Ausbildungsabschluss. So würden voraussichtlich die meisten neuen Arbeitsplätze für Geringqualifizierte in der Metallerzeugung und Verarbeitung, im Elektroniksektor und in der chemischen Industrie entstehen. Ein Sektor, der einen vergleichsweise großen Anteil an Geringqualifizierten aufweist. Zusätzliche Arbeitsplätze für Hochqualifizierte wären dagegen neben der Elektroindustrie vor allem im Maschinen- und Fahrzeugbau zu erwarten. Wie wirkt sich ein Freihandelsabkommen aber auf den Geldbeutel, also das Einkommen dieser Qualifikationsgruppe aus? Zunächst können wir zeigen, dass es in allen Qualifikationsgruppen zu Reale und Steigerungen kommen würde. Interessanterweise zeigen unsere Berechnungen hierbei, dass sich eine höhere bilaterale Handelsschaffung stärker auf die Steigerung der Einkommen von Geringqualifizierten als von Mittel- und Hochqualifizierten Beschäftigten auswirkt. Für Geringqualifizierte erwarten wir demnach auch einen zusätzlichen Anstieg der Reallöhne um ungefähr 0,9%. Die Reallöhne der Mittel- und Hochqualifizierten steigen dagegen um 0,7% bzw. 0,6%. Soviel zu den Effekten auf unterschiedliche Qualifikationsgruppen. Wenn Sie wissen wollen, welche sektoralen Effekte ein solches Freihandelsabkommen haben würde, schauen Sie sich doch einfach unsere weiteren Get-Insights an. Soviel zu den Effekten auf. Soviel zu den Effekten auf. Untertitelung des ZDF, 2020